Die Dei-Frage-Zeichen Haschimite-Fürst Das ist der Bobcast mit Pechling und Andreas Frisch Das ist der Bobcast mit Pechling und Andreas Frisch Haschimite-Fürst Hallihallo, lieber Andreas, schön dich zu sehen Ja, schön dich zu sehen Kai Du siehst aber entspannt aus da Ja, sehr, finde ich Mir geht es eigentlich auch gut Ich bin hier gerade bei Werder Ich gucke auf die Havel Die Sonne scheint Mir geht es gut Ich war jetzt auch viel im Garten Hab da immer so ein bisschen Rasen gemäht So ein bisschen das gemacht Was ich normalerweise mal nicht machen kann Weil ich keine Zeit habe Aber das ist schön Fanny freut sich Ja, es ist herrlich hier in Brandenburg Das war genau das Du hast den erholten Brandenburger Look Was auch immer das ist Ja, hier in Oslo ist jetzt auch Endlich mal der totale Sommer ausgebrochen Alle stürzen raus Keiner macht mehr irgendwas Sondern sitzt nur draußen Was heißt denn das total? Wie heiß ist es denn, wenn ein totaler Sommer ausbricht? Naja, dann sind wir schon mal so 25 Bei 20 Grad Ja, nee, es ist schon wärmer Aber das Tolle finde ich immer Dass dann sofort alle alles stehen und liegen gelassen Dann sind sofort alle in den Cafés draußen Alle irgendwie gehen im Fjord schwimmen Und arbeiten nur noch bis 13 Uhr Das finde ich immer genau die richtige Haltung Das ist wunderbar Ach, die Norweger, die machen es richtig, ja Sommer, aha Noa de Sommer Und das passt ja hervorragend Dass wir jetzt nochmal traditionell Mit einer kleinen Sonderfolge hier bei euch vorbeikommen Bevor wir dann auch uns in die Sommerpause verabschieden Wir blicken ein bisschen zurück Ein bisschen nach vorne Und natürlich immer wieder eine tolle Gelegenheit Hörerfeedback zu teilen Wir haben Diverses aus dem Postfach gefischt Und los geht's hier mit etwas, ja, mit etwas Fehlerlese Was? Diesmal hat es dich erwischt, lieber Andreas Fehlerlese, was heißt das denn? Jaja, jetzt warst mal ab In der Folge zum schrulligen Millionär Haben wir das Cover besprochen Du erinnerst dich vielleicht noch Und haben herausgefunden, dass das Vorbild für dieses Motiv Der Schauspieler Karl Liefen war Das, was Eiger Raschler rausgesucht hat Aus so einer Fernsehzeitschrift, so ein Motiv Und dann hattest du erwähnt, dass der ja auch Bei einigen drei Fragezeichen-Hörspielen mitgesprochen hat Ja Das stimmt leider nicht, lieber Andreas Denn darauf haben uns diverse Hörer aufmerksam gemacht Du meintest Heinz Liefen und nicht Karl Liefen Heinz Liefen hat bei zum Beispiel Das versunkene Dorf, Schwarze Skorpion und der Schattenwelt mitgesprochen Aber Karl Liefen ist doch der Kempowski-Darsteller Der ist doch der Schauspieler, der den Vater von Walter Kempowski gespielt hat Das ist völlig richtig Und der hat bei den drei Fragezeichen gar nicht mitgesprochen Der hat nicht bei den Fragezeichen mitgesprochen, sondern es war Heinz Liefen Und da habe ich jetzt mal geguckt und mache jetzt mal das in Kurzfassung, was du immer machst Heinz Liefen, geboren 1928 in Hamburg, verstorben 2021 Ich habe nämlich auch gedacht, Moment mal, Heinz Liefen? Ja klar, den kannte ich auch zum Beispiel aus der Fernsehserie Neues aus dem Süderhof Nach diesem Roman von Brigitte Blobel Wo es um diese Kinder geht, die mit ihren Eltern in die Lüneburger Heide ziehen Und da spielt er in der zweiten Staffel den Opa Das ist der, der so schwerhörig ist und so viel Gin immer trinkt Daher kannte ich Heinz Liefen Der hatte aber auch eine internationale Karriere Also ein versierter Theaterfilm- und Fernsehschauspieler War in dem Film Gruppenbild mit Dame Diese Heinrich-Böll-Verfilmung mit Romy Schneider Ja Und Brad Dourif, den du ja gut kennst aus dem Herr der Ringe Richtig, Grimas Schlangenzunge, genau 1977, da hat er einen großen Erfolg mitgehabt Spielte einen SS-Offizier Lief auch in Cannes Und dieser Film hat zumindest, was seine internationale Karriere anbelangt, ihn so ein bisschen festgelegt Denn er hat dann oft SS-Leute gespielt Zum Beispiel auch in einem Film, den habe ich nicht gesehen Mit Sean Penn und Francis McDormand Cheyenne, This Must Be The Place Kennst du den? Das ist die Szene, wo zum Schluss Sean Penn dann irgendwie Das ist ja so ein bisschen so eine Cure-Geschichte Wo er so eine Sean Penn, so eine Robert-Smith-Figur spielt Ah ja, okay, ich kenne nicht nämlich den Film Der ist ziemlich gut Und zum Schluss trifft er dann, glaube ich, auf seinen Vater in so einer kleinen Hütte Und das ist dieser Liefen Und ich bringe aber, glaube ich, immer Karl und Heinz durcheinander Ah, okay, genau Da hat er nämlich so einen fiktiven KZ-Aufseher gespielt Richtig Und das hat er dann auch gemacht in einem Film von Adam Egoyan Einer meiner Lieblingsregisseure Remember Ein kanadischer Filmemacher Genau Christopher Plummer und Bruno Gantz Und da spielt er einen demenzkranken SS-Mann, der Heinz Liefen Also irgendwie festgelegt und in krassen Filmen mitgespielt Und war bei den drei Fragezeichen dabei Damit haben wir das richtig gestellt Ihr habt super hingehört Vielen Dank Absolut Dafür So Was haben wir denn noch bekommen, Anhörer-Feedback, Andreas? Was haben wir noch bekommen? Ja, da gab es ja dann noch dieses Thema Hundegebell Auf dem Schrottplatz Beziehungsweise die Nachbarschaft hat viele von euch beschäftigt Zum Beispiel auch Carsten Und Carsten schreibt folgendes Hallo, ihr zwei harsche Mietenfürste Ihr habt euch gerade im Zusammenhang mit dem Hundegebell in der Nähe des Schrottplatzes Über die nebulösen Nachbarschaftsverhältnisse des Gebrauchtwaren-Senters Titus Jonas unterhalten Zwar bleibt die Hundehalterfrage weiter ungeklärt Aber in Folge 152, nämlich Skateboard-Fieber Flüchtet Peter gleich am Anfang des Hörspiels vor seinen beiden wildschießenden Verfolgern in das Haus von Mrs. Winterfield Wo er in deren Abwesenheit die Blumenpflege übernommen hat Das Haus von Mrs. Winterfield befindet sich nach Aussage von Peter direkt hinter dem Schrottplatz Im Zuge seines unglaublich raffinierten Täuschungsmanövers flieht er dann durch das hintere Fenster des Hauses Quer durch den Garten bis zur Zentrale Lieber Kai, lieber Andreas, ihr macht das toll Vielen lieben Dank für die Einblicke und Infos, die ihr uns gebt Das finde ich doch schön Super, okay, ja, alles klar Na gut, das wird vielleicht, wie gesagt, wir haben ja damals schon diesen Aufruf gestartet an Autoren Das mal so ein bisschen mehr zu bespielen Die Gegend um den Schrottplatz herum und was da noch so alles ist Das ist dann hier schon passiert im Skateboard-Fieber Sehr schön, toll So, weiter geht's Während wir das hier aufnehmen, läuft ja immer noch die Fußball-WM Und ihr wisst jetzt schon, dass Deutschland Europameister geworden ist oder wie auch immer das ausgeht Und wir bekommen ja immer mal wieder E-Mails auch zu den Fußball-Folgen Ja, jetzt bin ich mal gespannt Wie zum Beispiel diese von Erik Hansen Hallo, ihr beiden Bobcaster Fußball und die drei Fragezeichen sind ja nicht immer eine gelungene Kombination Und das sage ich, obwohl oder gerade weil ich seit 30 Jahren Drei-Frage-Zeichen-Fan und auch Fußball-Fan bin Also, was haltet ihr von den Fußball-Folgen? Ist das nur, weil es sich vermeintlich gut verkaufen lässt in Deutschland? Andere Sportarten sind da eher selten ein Thema Je einmal Basketball und Leichtathletik Klassische amerikanische Sportarten wie Football oder Baseball fehlen dagegen Also, wie seht ihr das? Und abschließend noch eine Frage Was haben die aktuelle E-M und die drei Fragezeichen gemeinsam? Die Antwort steht bei Schottland im Tor Das weiß ich Okay, Angels Gun Ja, genau Angels Gun Andreas, du glaubst nicht, ich habe so viele Nachrichten bekommen, als dieses Schottland-Spiel anstand Angels Gun im Tor, Angus Es gab sogar ein Meme Jemand hat ein Meme geschickt Wirklich? Das musst du mir schicken, das kommt gleich an meinen Kühlschrank Ja, aber jetzt mal zu den Fußball-Folgen Ich weiß, dass sich diese Fußball-Folgen wahnsinnig gut verkaufen Das hat man uns erzählt und anscheinend ist das auch so Weil es ist natürlich so, da kommt dann jetzt irgendwie die Oma an und sagt Okay, mein Kind hört gerne Hörspiele und möchte jetzt irgendwie ein Hörspiel haben Ja, was macht es denn sonst noch, sagt die Verkäuferin Oder ist das heute überhaupt gar nicht mehr so, dass die Verkäuferin einen dann berät? Wahrscheinlich hat man sich das so ausgedacht, aber so ist es Ihr hört gerne die drei Fragezeichen Die Verkäuferin Die Verkäuferin aus der Hörspielabteilung Ja, natürlich Die hat auch so Merch an Das gibt es überhaupt nicht mehr Aber auf jeden Fall Es wird Fußball gespielt und Hörspiel gehört Da kommt doch nur Fußball-Gangster in Frage Ich persönlich finde diese Fußball-Folgen furchtbar Immer wenn ich dann lese jetzt die neue Folge eine Einfach nur wenn das Wort Fußball im Titel vorkommt, da kriege ich schon wirklich Schnappatmung Das finde ich wirklich echt ganz, ganz furchtbar Es soll aber ein paar Leute geben, die die Folgen nicht nur kaufen, sondern die tatsächlich auch hören Und ich persönlich, ich gucke jetzt ja auch Fußball Ich finde das toll, aber ich bin überhaupt kein Bundesliga-Fan Olli ist ja so ein großer Fußball-Fan Sankt Pauli und so, das findet der alles toll Mich hat das noch nie interessiert Und mein Vater war wahnsinnig enttäuscht Von mir, dass ich also handwerblich nicht begabt bin Und auch nicht mal Fußball spielen kann Ich war also wirklich echt Spielte keine Rolle bei ihm Wie ist es bei dir, Fußball? Du bist ja auch kein richtiger Fußballer, oder? Nein, ich bin auch nicht, ich bin auch so ein typischer, weißt du, ich gucke jetzt, weil EM und WM ist Und dann gehe ich mit Freunden was trinken und gucken und interessiere mich sonst nicht Es geht eher ums Trinken Vielleicht ist es das Nein, ich kann mich jetzt schon begeistern und habe dann auch Bock auf Spiele und so Ich finde das auch toll, es macht Spaß Ja, nein, Bundesliga finde ich todlangweilig Und bei Fußballfolgen, ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, zweimal angefangen Und dann auch irgendwie, es funktioniert für mich überhaupt nicht Ja, Fußballgangster ist, glaube ich, richtig schlimm Aber ich kann mich auch, ich habe die wirklich ausgeblendet, diese Fußballfolgen Genau, du musst sie ja sprechen und spielen, ich habe den Vorteil Ich mache dann immer die Augen zu Ja, also, ja, aber Na gut, vielleicht ganz so schlimm sind sie auch nicht Aber nein, man kann ja wirklich Vielleicht sind wir da auch jetzt hardcore gemein Ja, gut, aber wir können ja auch mal ein bisschen gemein sein Ja, natürlich, und vielleicht besprechen wir sie ja auch dann irgendwann hier im Buch Ja, Moment mal, zum Besprechen ist das toll Zum Besprechen sind diese Folgen wirklich super Wenn man dann wirklich sich vielleicht auch ein bisschen aufregen kann Genau, aber es ist natürlich ein guter Punkt, weil es stimmt, dass es ein deutsches Thema natürlich ist, immer wieder auf dieses Fußball zu kommen Das so amerikanische Sportthemen eigentlich Ja, gut, aber wenn du jetzt irgendwie die drei Fragezeichen und der Baseballgangster, das ist, glaube ich, genauso langweilig Doch, so wie ein brutaler Mord mit einem Baseballschläger Ja, gut, das könnte Keine Toten bei den drei Fragenzeichen Aber jetzt hier, pass auf, es geht weiter Wir haben hier noch eine Frage zum giftigen Gockel Genauer gesagt zu einer Sprecherin Und da haben wir eine Mail von Janik Hornischer Der schreibt Hallo lieber Kai, hallo lieber Andreas Ich habe mir gestern die neue Folge des Bobcast angehört und mir eine Frage gestellt Die Sprecherin von Julia Crown wird ja mit Tessa Gasser angegeben Und ihr habt zu dieser Sprecherin weiter nichts gesagt Kann es sein, dass Tessa Gasser nur ein Pseudonym ist und es sich bei der Sprecherin um ihres Erben handelt? Das ist ja interessant Wenn man sich Interviews aus den 90ern von ihr anhört, finde ich, dass die Stimme identisch klingt Vielleicht könnt ihr ja was dazu rausfinden Also, soweit ich weiß, also ich weiß es ziemlich genau Hat Iris Berben bei den drei Fragezeichen nie mitgesprochen Die hat Hörspiele gemacht Ich weiß, es gibt zum Beispiel ein ganz tolles Hörspiel von Hermann Hesse Wo sie mitspielt, ich weiß gar nicht, wie der Titel genau ist Und dann hat sie ja auch bei den Edgar Allan Poe Hörspielen mitgesprochen Die produziert wurden von Steele, die ja wirklich ganz, ganz toll sind Die tollen Stilleute Aber sie hat bei den drei Fragezeichen nicht mitgesprochen Und Tessa Gasser, das habe ich ja glaube ich auch in dem Bobcast erwähnt Die existiert sehr wohl und die macht jetzt noch Lesungen Und dann habe ich jetzt mal kurz geguckt Sie soll in Graz leben Und da eben auch oft in Graz in kleineren Locations ihre Lesungen absolvieren Also es ist definitiv kein Pseudonym Und es wird eine Tessa Gasser geben und gegeben haben Absolut und ich habe auch die Stimme von Iris Berben total im Ohr Ich finde die eine ganz tolle Stimme Aber Tessa Gasser hat ja auch eine tolle Stimme Die hat auch eine tolle Stimme Ja und bei Tessa Gasser, habe ich ja auch schon gesagt, klingt ein bisschen was österreichisches Genau, da ist was Und das ist bei Iris Berben ja nicht so der Fall Nee, genau Aber Iris Berben wirklich einfach auch eigentlich eine tolle Idee Mal für die drei Fragezeichen Ich kann mir vorstellen, dass die schon mal angefragt wurde Aber wahrscheinlich irgendwie keine Zeit hatte, denke ich mal Also gute Idee Wer war es? Der Yannick Aber nein, haben wir hiermit widerlegt So, weiter Wir sind noch beim giftigen Gockel Das fand ich auch sehr schön Da geht es jetzt um diese Szene Als Justus und Peter mit durchgetrennten Bremsschläuchen Peters Autoschrotten Und dazu schreibt uns Margarete Bergmann aus Lübeck Hallo ihr zwei Wie jedes Mal habe ich euch mit Freude gelauscht Und in Erinnerungen geschwägt In der Folge ging es um die Frage Was Justus mit Dann wären wir jetzt die zwei Fragezeichen meint Als er und Peter den Unfall haben Darüber haben wir ja geredet Ich denke, sagt Margarete Er meint, dass sie beide im Falle eines schlimmen Unfalls ausgesehen hätten Wie zwei Fragezeichen Verdreht und verkrümmt Kaputt Wie eben das krumme Fragezeichen Beziehungsweise das schlimme Unfallopfer Das wäre meine Idee Danke, dass ihr die Vergangenheit so lebendig aufrechterhalten Immer wieder ein Erlebnis Ist ja eine interessante steile These Aber ich Eigentlich lustig Das wäre mal eine Idee für den drei Fragezeichen Film Dann werden die aus dem Frack transportiert Und sind so in Fragezeichenform Interessant, was du sagst Ja genau Habe ich übrigens gerade gelesen Apropos Film Die Dreharbeiten zum Karpatenhund Und zum Was ist noch? Es gibt ja noch was Karpatenhund wird gedreht Parallel Ich glaube, die drehen zwei Folgen Genau, beide Richtig Und Toteninsel Die sind jetzt gerade in dieser Woche abgeschlossen worden Ja, genau Tolle Leute Auch dabei Janik Schömann Auch dabei zum Beispiel Der ja auch bei den Fragezeichen Kids mitspricht Und wer ist noch dabei? Ich glaube Philipp Scheppmann Kann es sein? Genau Und Andreas Schlüppmann Glaube ich Äh Peachmann Nicht Schlüppmann Andreas Pietschmann Ja, Andreas Pietschmann Das ist doch der Mann von Von der Tabatabai Ah ja, okay Das wusste ich jetzt nicht Ich habe ein Foto gesehen Da trägt er eine Augenklappe Eine Augenklappe, richtig Also es sieht super aus Und ich bin sehr gespannt drauf Also ein Foto der Dreharbeiten Da trägt er eine Augenklappe Man darf gespannt sein Welche Rolle er da übernimmt Nein Okay So Was haben wir denn noch? Wir schweifen schon wieder ab Es ist furchtbar Ja, hier gibt es jetzt noch eine schöne Rückmeldung Ich freue mich ja immer Ein paar Rätsel zu lösen Beziehungsweise Knoten lösen zu können Und Mike aus Kadersteig in der Schweiz Auch schön Schreibt Hallo, liebes Bobcast-Team Erst einmal ein großes Kompliment Ans ganze Team Für die tollen Bobcast-Folgen Es ist jedes Mal wieder eine wahre Freude Und Jetzt schreibt er Tausend Dank Dass ihr die Partygäste Im schuligen Millionär angesprochen habt Damit hat sich ein über 10 Jahre alter Knoten in mir gelöst Das finde ich ja super Vor über 10 Jahren Habe ich die genannte Hintergrundschleife schon Als Bommelunder Partygäste erkannt Und damals Europa gleich angeschrieben Damals hat man mir aber versichert Dass es in den 3-Frage-Zeichen-Hörspielen Keine Songfragmente von den Hosen gibt Klar, aber ich bin mir immer ziemlich sicher gewesen Dass da dasselbe Material verwendet wurde Vor allem wegen dem genannten Also wenn jeder so jodelt Jetzt nach über 10 Jahren Hat sich das bewahrheitet Vielen Dank Und dann schreibt er noch Letzten Samstag waren mein Sohn Jahrgang 2006 Und ich Jahrgang 1980 Übrigens in Stuttgart Beim Live-Bobcast Mein Sohn und ich hören uns Die Bobcast-Folgen jedes Mal an Und fachsimpeln dann gemeinsam Über das Gehörte Das finde ich ja sehr schön Ja, das ist schön Wir hatten ja auch schon mehrere Gäste Aus der Schweiz Die dann lange Fahrten auf sich nehmen Und dann auch live da sind Das finde ich auch mal toll Wenn ein paar Schwieze da sind Super Ja, toll Genau Das kenne ich aber auch Dieses Gefühl Wenn du irgendwie Du bist dir sicher Du kennst irgendwie was Und es ist ungeklärt Jahrelang Und die Antwort von Europa Ist natürlich so Natürlich gibt es keine Songfragmente Aber die Hosen Haben ja damals auch Nur eine Konserve benutzt Nämlich von einer Geräuscheplatte Genau Irgendjemand hat das auch gepostet Soundfragmente Ich weiß gar nicht genau Wie diese Platte heißt Irgendjemand hat das gepostet Und da haben sich die Hosen Damals auch bedient Genau Und Europa hat sich da Wahrscheinlich abgesichert Als rechtliche Antwort Nee, nee Nee, wir haben noch keine Songs Von den Toten Hosen verwendet Ja, aber super Dass wir das dann Nochmal geklärt haben So, und jetzt zum Abschluss Gibt es eine ganze Reihe von Fragen Von Sabine aus Frankfurt Jetzt musst du mitschreiben Die Sabine Die Sabine hier aus Frankfurt Das ist klasse Liebe Andreas Liebe Kai Nachdem wir Eine sehr gute Freundin Und ich Euch am Sonntag Letzten Tourabend In Bad Vilbel Live gesehen haben Muss ich euch jetzt auch Einmal anschreiben Wir fanden euch live Einfach grandios Und hatten sehr viel Spaß Ich finde das Hexenhandy Sowieso eine tolle Und spannende Folge Einen kleinen Kritikpunkt Habe ich allerdings auch Und zwar Dass bei den Publikumseinbindungen Und den Fragen Am Ende Nur Leute aus dem Parkett Gewählt wurden Und niemand von der Tribüne Das fand ich etwas schade Hing wahrscheinlich Ein bisschen auch mit den Mikros zusammen Wir hatten die natürlich nicht überall Im Saal Ja und Bad Vilbel ist ja eine tolle Halle Diese Bad Vilco heißt die ja Diese Halle Relativ neu Übrigens auch mit einer fantastischen Leinwand Sowas hatten wir ja noch nie Ja das war super Riesengroß Aber Sabine Wir haben es eigentlich immer versucht Wir haben es versucht Genau und Sabine sagt Schreibt ja auch weiter hier Wir hatten auf jeden Fall Einen tollen Abend Und ihr solltet nochmal auf Tour gehen Wir sind gerne wieder dabei So jetzt geht es aber los Nachdem es am Sonntag Leider nicht geklappt hat Mit den Fragen Schicke ich sie einfach Mit dieser E-Mail Und zwar gehen meine Fragen An Andreas Gibt es eine Szene Die dir besonders viel Spaß gemacht hat Sie als Bob zu sprechen Beziehungsweise eine Die du besonders gerne gesprochen hast Dazu natürlich Die soll ich jetzt gleich Gleich beantworten Wollen wir das Können wir machen Dann klappern wir sie danach ab Kommen noch mehrere Fragen hier Okay dann halte ich mich Also es ist Gibt jetzt nicht unbedingt eine Szene Wo ich sagen kann Doch die habe ich wahnsinnig Oder super super gerne gesprochen Ich weiß bloß Es gibt natürlich In erster Linie Immer Szenen Die man dann zusammenspielt Und zusammenspricht Das sind eigentlich immer die besten Und ich glaube Ich kann mich Wenn ich mich Jetzt damit beschäftige Mit dieser Frage Alle Szenen eigentlich Mit Judy Winter Die waren toll Weil die natürlich In so einer ganz bestimmten Stimmung auch gehalten wurden Und dann war ich ein großer Fan Oder bin immer noch ein großer Fan Von Judy Winter Also Stimmen aus dem Nichts Diese Szenen mit ihr Haben natürlich sehr viel Spaß gemacht Das war schon toll Aber eigentlich jetzt Da irgendwas raus zu picken Und zu sagen Ja das war jetzt Irgendwie so meine Lieblingsszene Kann ich eigentlich gar nicht sagen Weil es ja mittlerweile Schon so viele Hörspiele sind Dass ich mich eigentlich Jetzt nicht unbedingt Auf eine festlegen würde Ja genau Dann ist vielleicht auch Die Gegenpartfrage Die Sabine als nächstes stellt Schwierig zu beantworten Nämlich gibt es eine Szene Die du als Bobsprecher Überhaupt nicht mochtest Beziehungsweise Die du ungern gesprochen hast Fußballgangster Fußballgangster Aber da gibt es ja Die kenne ich überhaupt nicht Ich habe die gar nicht im Kopf Deswegen ist es ja eigentlich Ein bisschen ungerecht Wenn ich sage Ich finde die Folge so doof Ich kann mich bloß daran erinnern Dass ich sie damals Nicht so prickelnd fand Wir hören dir den Das machen wir Wahrscheinlich Ja genau Kurz nach dem Endspiel Ich glaube es gibt ja jetzt Keine Szene wo ich sage Die habe ich jetzt Überhaupt nicht gerne gesprochen Es gibt eine Szene An die kann ich mich jetzt Noch erinnern Wo Bob aus dem Space Shuttle Aussteigt Bei Todesflug Da weiß ich noch ganz genau Was mache ich da Wie bescheuert ist das denn Und dann habe ich glaube ich So Und dann habe ich so Einen kleinen Satz gemacht Weil ich gedacht habe So Wie soll ich diese Szene spielen Die ist so dämlich Aber das hat natürlich Auch Spaß gemacht Ja die werden wir auch Irgendwann mal besprechen Das müssen wir machen Okay Ja aber ich verstehe Es ist tricky Das hat Spaß gemacht Gut dann es geht weiter Bei Sabine Sie ist sehr an deiner Performance interessiert Denn die nächste Frage Und bereitest du dich Auf sehr emotionale Szenen Wie zum Beispiel In der neuen Folge Die Spur der Toten Irgendwie vor Und wenn ja Wie Ich lese mir das einmal Wirklich ganz intensiv durch Und wenn ich die Szene Dann im Kopf habe Dann denke ich eigentlich Gar nicht drüber nach Ich spiele dann nur Die Situation Und das entsteht dann Im besten Fall Also man muss genau wissen Was man spielt Wo sitzt man Oder wo steht man Wo ist die Figur Bob gerade Und dann ergibt sich das Eigentlich von selber Das ist dann automatisch Eigentlich so Ich bereite mich jetzt Dann ist erstmal auch Die besondere Emotionalität In der Szene Erstmal gar nicht so ausschlaggebend Sondern du spielst Die kommt dann automatisch Die kommt dann automatisch Und die ist auch immer anders Also wenn ich die jetzt Kann die so spielen Oder ich kann die so spielen Aber ich Wenn ich mich jetzt da vorbereite Irgendeine emotionale Szene zu spielen Das kann nur in die Hose gehen Genau und das Spannende Bei so Sachen ist ja immer Also wenn man jetzt wahrscheinlich An irgendwelche Weinen Zusammenbrüche und so denkt Dass man ja als Schauspieler Immer auch wieder Den Weg Dahin herstellen muss Du musst ja immer wieder Den Bogen auch spielen Du kannst ja nicht direkt In den Zusammenbruch gehen Also wenn man Szenen Deswegen musst du zum Beispiel Deswegen musst du zum Beispiel Wissen, dass Bob Am Ende der Szene Anfängt zu weinen Das heißt, du musst es Dann schon aufbauen Und wenn du nicht weißt Wohin die Szene geht Dann sprichst du ganz normal Und dann steht eben Irgendwann Siehst du dann mit einem Auge Im nächsten Satz Klammer auf Bob weint Dann musst du das natürlich Schon vorbereiten Du bist ja dann schon angegriffen Emotional angegriffen Aber es ist natürlich auch Ein Hörspiel Und weinen im Hörspiel Du siehst ja nicht Wie Bob weint Sondern du hörst es bloß Wie spielst du das, dass er weint Richtig Und das ist dann Darf nicht zu viel sein Das ist nicht so leicht Ich kenne das ein bisschen Von der Regieperspektive Wenn man dann Szenen Mehrfach spielt Und Schauspieler Dann schon in diese In quasi die Endemotion gehen Von Anfang an Das ist dann das Gegenteil Von dem Dann kannst du es nicht mehr steigern Wo man dann sagen muss Nee, nee Du musst es schon nochmal aufbauen Du bist schon in dem Nervenzusammenbruch Quasi am Anfang des Takes Der muss ja erst später kommen Also das ist schon Ja, klar Ja, das ist ja so Wie auf der Bühne Wie weinst du auf der Bühne Also auf der Theaterbühne Zum Beispiel Ja Das ist ja wirklich Ein ganz langer Weg Viele machen das so Die drehen sich mit dem Rücken Zum Publikum Und wackeln nur mit den Schultern Ja, genau Und dann weiß Der Zuschauer sofort Der weint Man hört ja nichts Ja, stimmt Und das ist dann eigentlich Das kannst du im Hörspiel Natürlich nicht so umsetzen Aber das sind immer So kleine Tricks Traurige Musik drunter Drei Explosionen Dann ist das rübergebracht Wunderbar Ja, genau Und noch ein infernalischer Schreit Nein Einfach randommäßig Aus einer Library So einen Schreit runterlegen Sabine hat Die lässt es richtig krachen Hier noch ein paar Bonusfragen So, wir sind noch nicht fertig Sie sagt zum Beispiel Fragt Wieso sagt vor allem Justus Immer Kollegen? Woher kommt das? Habe mich anfangs immer Sehr darüber gewundert Und mich gefragt Ob die drei denn Keine Freunde sind Dann kam mir irgendwann Dass das immer detektivbezogen ist Im Sinne von Detektivkollegen Das sagt er ja manchmal auch Stimmt das? Natürlich Das ist vollkommen richtig Da hat Sabine absolut Das sind eben Sabine hat recht Das sind eben Die drei Fragezeichen Sind natürlich Freunde Aber ihr Beruf Ist mittlerweile Detektiv zu sein Genau Dann sind das eben Detektivkollegen Ja, genau Und das fand ich immer toll Als Kind auch Superspießig eigentlich Eigentlich ist es so Ich komme immer in so Mahlzeit sagen Und so Mittag machen Das wäre doch auch Mal ganz gut Bob kommt rein In die zentrale Mahlzeit Genau So diese ganzen Das mache ich jetzt Demnächstes Mal Das ist sehr gut Aber da hat sich Sabine natürlich Die Frage richtig beantwortet So und jetzt Kommt noch mehr Und da in eine Mail Mehr Fragen passen Noch eine an euch beide Das ist jetzt aber auch Die letzte Würdet ihr den gleichen Beruflichen Werdegang Nochmal wählen Oder würdet ihr etwas anderes Machen wollen Und wenn ja Was Spannend So Kai Du darfst anfangen Ich darf anfangen Also ich bei mir Für uns beide Genau Andreas interessiert sich Total für Geologie Fußball Fußball Und genau Also ich bei mir ist ja so ein bisschen Eine Art Glücksgriff Passiert Oder Glück Weiß ich gar nicht Aber ich habe ja im Prinzip So zwei berufliche Laufbahnen Ich habe ja dieses akademische Nämlich an der Hochschule arbeite Und da doziere Und forsche Also so das da so ein bisschen Ausleben kann Und ich habe das Kreative ja noch Durch die Hörspiele Durch das Regie führen Das Schreiben Und ab und zu auch sprechen Und so Das heißt ich habe schon irgendwie So eine Balance da drin Was ich immer wieder Ganz schön finde Aber ich bin ja Doch auch so ein bisschen Multi-Interessen mäßig Unterwegs Also mir fällt es immer mal auf Zum Beispiel hatte ich neulich Ach so Städteplanung Würde mich interessieren Wie die eigentlich Städte Geplant werden Wie man die Weiterentwickeln kann Und so Wo ich Hatte ich mich neulich mal Mit jemandem lang unterhalten Dann hat man dann Tausend tolle Ideen Und dann sagt jemand Der sich wirklich damit beschäftigt Naja Kostet halt alles zu viel Geld Geht nicht Also nochmal umdenken Also sowas Das wäre so ein Bereich Das fände ich irgendwie Ganz spannend Mich mal damit näher zu befassen Wenn ich nochmal Ein Beruf Ganz neu anfangen müsste Oder was mit Geschichte So in Bibliotheken Sitzen und nachlesen Oder Archäologie Oder sowas Das fände ich klasse Ja Also du hast ja gerade Von Glück gesprochen Also ich bin ja auch Wirklich eher durch Zufall In diesem Beruf gelandet Obwohl ich eigentlich auch Nie sage Mein Beruf ist Was sage ich Ich habe ja früher Habe ich ja dann Als man gesagt hat Ja ja Sie sind jetzt Schauspieler Ich sage ja immer Ich bin Hörspieler Weil ich ja als Schauspieler Gar nicht tätig bin Ich bin ja nicht großartig zu sehen Ich bin bei Lesungen Zu sehen Oder bei solchen Shows Jetzt Bobcasts Oder Live-Shows Mit den drei Fragezeichen Oder überhaupt Lesungen Die ich mache Ich mache ja auch Viele Live-Lesungen Unabhängig von den Fragezeichen Aber ich bin eben Hörspieler Und das ist eine Berufsbezeichnung Die ich mir irgendwann Selber gegeben habe Und da bin ich Bin ich eigentlich sehr glücklich Dass ich die für mich gefunden habe Und ich könnte mir eigentlich Auch gar nichts anderes vorstellen Das habe ich schon Mein erstes Hörspiel Habe ich gesprochen Mit sieben Jahren Und mache das jetzt immer noch Und die Leute hören Hörspiele Wo ich mitspreche Was Besseres kann es ja eigentlich Gar nicht geben Und wenn ich mir jetzt überlege Was würde ich jetzt gerne noch machen Ich glaube ich wäre auch Ein ganz guter Ich hätte Weiß nicht Ob ich ein guter geworden wäre Aber ich hätte gerne Vielleicht auch eine Fotografenkarriere angestrebt Ich glaube Fotografie wäre es gewesen Oder Malerei Hätte mir auch gefallen Das habe ich so eine Zeit lang Mal gemacht Ich habe ein bisschen gemalt Ich habe auch relativ viel fotografiert Ja und du wolltest ja auch mal Filme machen Also das Visuelle Hast du schon so im System Irgendwie würde ich sagen Das hatte ich dann Das hatte ich auch im System Aber das geht ja eigentlich so Jetzt eigentlich vielleicht auch Um jetzt Also was würde man jetzt Noch mal vielleicht machen Und jetzt zum Beispiel zu sagen Ich werde jetzt Filmemacher Das würde mich glaube ich Jetzt nicht mehr so interessieren Ich glaube Schreiben Fände ich nach wie vor Irgendwie spannend Mache ich ja eigentlich auch Immer veröffentliche Aber irgendwie nichts Weil ich nicht fertig werde Schreiben, malen Und fotografieren Und aus dem Fenster gucken Diese wunderbare Aussicht Hier auf die Havel Das finde ich zum Beispiel Wirklich großartig Wichtig ist glaube ich Das Leben steht im Vordergrund Leben, Familie, Freunde Das ist glaube ich Das hat jetzt nichts Mit dem Beruf zu tun Aber man sollte nicht So viel arbeiten Und die ganze Zeit Eigentlich nur ins Büro Wetzen Das Leben ist glaube ich Ich habe immer Respekt für Leute Das stimmt total Da hast du recht Die Zeit nutzen Also Zeit richtig nutzen Das ist glaube ich wichtig Und dieses Auch Leute die Hobbys Zum Beruf machen Also das sagt sich Natürlich leicht Ich hatte wirklich Glück Nicht einfach Sagt doch einfach Rächerchen Rächerchen machen sollen Das machen wir dann Ihr kennt ja die E-Mail-Adresse Bobcast At Drei Fragezeichen De So Und es wurde ja schon Mehrfach erwähnt Lieber Andreas Da war doch Irgendwas Besonderes Dieses Jahr Ja Was war das Noch mal Die Drei Fragezeichen Hallo 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 Hi Hi Hallo da oben Ich hab echt herzlaufen Ja Unsere Tour Der Bobcast Live Zehn Städte Zehn Termine Wir haben das Hexenhandy besprochen Andreas Jetzt mit ein bisschen Abstand Wie fandest du es denn? Also ich muss ehrlich sagen Ich bin ja wirklich Immer noch total Baff Dass das funktioniert hat Also dass wirklich die Leute Hingekommen sind Wenn ich mir überlege Das habe ich ja auch Beim Bobcast Live dann auch erzählt Als ich mir diese Idee Ausgedacht habe Podcast zu machen Über die drei Fragezeichen Wie gesagt Ich wusste ja eigentlich Wirklich gar nicht genau Wie das funktioniert Und dass das dann Irgendwie Losging Dass wir die Folgen Produzieren konnten Dass wir beide Uns gefunden haben Und ich muss dir Noch mal ein Kompliment machen Kai Ich hätte mir jetzt Wirklich keinen Besseren vorstellen können Mit dem ich Diesen Bobcast mache Das ist wirklich so So toll Ich fühle mich so wohl Aber eben natürlich auch Auf der Bühne Dass das so funktioniert hat Dass es wirklich Fast komplett ausverkauft war Das hätte ich mir Gar nicht vorstellen können Und Ja Hexenhandy Haben wir besprochen Viele haben ja dann auch gesagt Oh Gott Hexenhandy Die Folge ist ja so ein bisschen schräg Aber zum Besprechen War die wunderbar So tolle Geschichten Und Anekdoten rausgefunden Und hatten tolle Gäste Das fand ich irre Also wen hatten wir jetzt Bastian Pastewka In Köln Genau Olli in Berlin Frau Körting war in Hamburg da Da kam dann auch plötzlich noch Woody Müs auf die Bühne Der auch Spontan Ja genau Frau Körting noch auf die Bühne gezerrt Unser Regisseur Ralf War in Stuttgart In Stuttgart Genau Und das ganze Whatever Team da Also das fand ich auch wirklich toll Wir haben das ja irgendwie dann Zweimal irgendwie so in Hamburg Zentrale Hier ist so die Heimat Dann war aber Stuttgart Plötzlich auch die Heimat Weil da natürlich Kosmos ist Und Portever Kosmos war da Genau Und dann noch der Abschluss In meiner Heimat Bei Frankfurt Also man hatte so das Gefühl Eigentlich sind wir überall zu Hause Irgendwie hier Weil es warm ist Ja und das war auch gerade jetzt Was du sagst Du warst nochmal in Frankfurt In Bad Vilbel Als du dann ankamst Dann mit den Bämbeln Dann wurde noch Ebbelwoi getrunken Also ich fand das wirklich Sehr 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 schön Das fand ich auch Man hat sich total wohl gefühlt Und das Es war ja nun lang Es war ja wirklich fast Zweieinhalb Stunden mit Pause Drei Stunden Aber auch auf der Bühne Verging die Zeit Wirklich wie im Flug Weil es ja auch immer wieder Was anderes war Natürlich haben wir dann Auch so ein Gerüst gehabt An dem wir uns langhangeln konnten Aber ich finde Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht Das ging mir wirklich ganz genauso Und ja Ich muss auch erstmal zurückgehen Ich werde jetzt ganz gerührt Aber auch Dass es so einen Spaß mit dir macht Andreas Das ist ja auch toll Wenn man sowas nicht behaupten muss Sondern wenn es echt ist Ja gut Es klingt ja so Als ob wir uns hier so anschleimen Aber es ist Es hätte ja auch in die Hose gehen können Man wusste es ja nicht Genau Also wir haben diese Tests gemacht Natürlich letztes Jahr und so Aber so zu merken Man geht da abends im Prinzip Plaudern so aus dem Backstage Auf die Bühne Und macht genauso weiter Wie man sonst auch drauf ist Das hätte ich auch nicht gedacht Und das war Ja bloß auf der Bühne Ist es ja nochmal was anderes Es ist ja Du hast jetzt die Leute Die es hören Die sitzen genau vor dir Du siehst die Und wir holen dir auf die Bühne Da kriegst du ja sofort eine Reaktion Klar genau Und es fühlte sich an wie unter Freunden sein Tatsächlich auch das ist Absolut Ein bisschen geschleimt Aber es ist wirklich Auch so ein Effekt Mit dem ich nicht so ganz gerechnet habe Und wir haben gerade vorhin Darüber auch gesprochen Mir wurde auch nochmal klar Wie generationenübergreifend Tatsächlich jetzt auch unser Bobcast ist Als wir damit anfingen Vor über zwei Jahren Dachte ich auch Naja das werden dann so in erster Linie Die Kassettenkinder sein So meine Generation und so Die sich dafür interessieren Ganz viele junge Leute waren da Also wirklich Du hast diese Ganz viele junge Leute Du hast Eltern mit Kindern und so Und das macht so eine eigene Stimmung nochmal Die drei Fragezeichen haben das ja auch Aber wir im Bobcast nochmal speziell Und wir haben unglaublich viele Geschenke auch bekommen Abgefahren Also Kekse Selbstgemachte Spiele Bemalte Steine Handschellen mit Schlüsseln diesmal Achso Ich habe sogar noch ein Paket bekommen Von diesem Kriminalkommissar Da ist übrigens noch ein Käppi dabei Das muss man nochmal sagen Das ist eigentlich für dich Das liegt jetzt bei mir An der Stelle wirklich nochmal vielen vielen Dank Das war sensationell Super ja das ist wirklich irre An welchen Themen ihr da so andockt Und was man da für Geschenke bekommt So und jetzt Andreas Der absolute Knaller Den habe ich dir nämlich noch gar nicht gezeigt Weil ich den Backstage gleich an mich gerissen habe Wir haben ja mehrmals darum gebeten Ob uns nicht mal jemand So ein gescheites Punktesystem entwickeln kann Zu unseren Folgenbesprechungen Nein darum habe ich gebeten Ganz genau Auch live Also wir haben das dann auch jeden Abend gemacht Und diesem Aufruf ist Lisa A.K.A. Rocky Beach Museum of Arts gefolgt Die liebe Annie Alias Kaffee Rocky Beach Die kennen wir ja gut War auch bei der Entwicklung beteiligt Ja So und Lisa hat ein komplettes Punktesystem entwickelt Und jetzt schau dir das mal an hier Das sind fünf Seiten laminiert Nein Mit dann Auflösung hinten Ist das irre Beidseitig bedruckt So und da ist dann alles Und relativ simpel Simpel Da sind ja keine Mathe-Cracks Ne genau das ist alles gut für uns erklärt Da gibt es dann so Kategorien Wird die Karte übergeben? Ja plus fünf Punkte Nein minus fünf Punkte Brechen die drei Fragezeichen Irgendwelche Gesetze Nein plus zehn Punkte Ja aber es ist moralisch vertretbar Plus fünf Punkte Also es ist unheimlich detailliert gemacht Sind Bobs Recherchen hilfreich? Ja er findet den entscheidenden Hinweis Plus zwanzig Punkte Nein er findet keinen hilfreichen Hinweis Oder Ergebnisse minus zehn Oder meine Lieblingskategorie Bob Der ist in dieser Folge eigentlich nur anwesend Minus zwanzig Punkte Oder auch ganz toll Also wirklich richtig mitgehört Spricht einer der folgenden Personen mit Karl-Ulrich Mewes Jürgen Thormann Katharina Braun Marianne Kehlau Gottfried Kramer Ja dann gibt es Punkte Ganz viel Und der Knaller Am Ende Optional Droht Andreas zu verlieren Ja Plus fünfzig Punkte Nein ist das schön Das ist ja fantastisch Da werde ich ja jedes Mal gewinnen Genau dann kriegst du also immer Und dann gibt es halt ein tolles Punktesystem Auswertung Dreimal für uns Für dich Für mich Und für Ralf Ach toll Dann kannst du hier gucken Minus hundert Punkte Hier wären Hashimitenfürsten angebracht Oder null Punkte Naja Average Und dann hier Plus zweihundertfünfzig Punkte Die beste Folge aller Zeiten Und von allen die noch kommen werden Absoluter Knaller So und das Highlight Also es ist ja laminiert Dazu Eddings Mitgeliefert Dass wir da drauf schreiben können Die wir wieder wegwischen können Die du wegwischen kannst So und wie wischt man das weg Mit diesem selbstgemachten Tuch Mit dem Vom Narbengesicht Cover drauf Nein Absoluter Hammer Also es ist Es ist Fantastisch Lisa Vielen Dank Was für ein Brett Fantastisch Und ja Das können wir jetzt wirklich mal überlegen Ob wir hin und wieder Dieses Punktesystem anwenden Was heißt hin und wieder Das müssen wir jetzt wirklich einsetzen Immer Okay gut Natürlich Also wir müssen es jetzt Bei der nächsten Folge Wird es zum Einsatz kommen Alles klar Okay gut Dann übernehmen wir das Wir können ja Das sind ja so viele Kategorien Ich habe ja wirklich nur so drei Okay wir müssen vielleicht gucken Wir gucken Welche passen Okay wir 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 Genau Aber das ist eine super Idee Genau Wir schauen welche passen Und dann kommen wir immer wieder drauf zurück Das ist wirklich ganz Ganz toll So Ganz irre Das habe ich aber noch nicht installiert Und eingerichtet Das werde ich jetzt demnächst Mal machen Also wirklich ein Smartphone Kommt für mich nicht in Frage Ich habe überhaupt keinen Bock drauf Nein Das verstehe ich auch Behalt dir das bei Ich kann dir ja Briefe schreiben Oder schicke eine Brieftaube Das funktioniert schon irgendwie Richtig Ja oder eine Fledermäuse Eine Fledermäuse Du hast ja Fledermäuse da jetzt Ich habe jetzt Fledermäuse hier im Haus Die trainieren wir Das machen wir Also wir sind jetzt eine Weile weg Aber man kann die Zeit ja nutzen Ein paar alte Bobcast Folgen nochmal hören Oder schon mal vorhören Also Fragezeichen folgen Und jetzt die große Frage Lieber Andreas Wann und wie kommen wir denn dann zurück Ja wann kommen wir zurück Wir sind wieder am 23. September am Start Und da geht es dann mit dem Bobcast zu den Comic Dieben Weiter Und dann geht es alle vier Wochen Chronologisch weiter mit einer neuen Folge Moment du hast da eben vier Wochen gesagt Okay Ja ich habe vier Wochen gesagt Das liegt ja jetzt nun da Das haben wir jetzt ja Du kannst jetzt auch nicht so überrascht sein Nein das ist schon Na gut aber es ist so Wir haben ja wirklich jetzt diverse Projekte vor Du zum Beispiel Du schreibst zum Beispiel ein Buch über Norwegen Das stimmt Genau Ich bin total gespannt Du bist ziemlich eingespannt Genau Ich habe auch jetzt wirklich ein ziemliches Brett vor mir Ich habe hier etliche Hörbuchprojekte Jetzt hier ab Herbst am Start Und deswegen haben wir uns entschieden Das jetzt erstmal alle vier Wochen zu machen Und wir werden jetzt immer noch gucken Okay wird das angenommen Funktioniert das Oder kriegen wir nicht vielleicht auch Lust Ein bisschen wieder auf den Zwei-Wochen-Modus zurückzufallen Das werden wir sehen Und werden wir dann rechtzeitig kommunizieren Aber das ist jetzt erstmal gar nicht anders machbar Genau richtig Wir brauchen da so ein bisschen Luft Aber am Bock liegt es überhaupt nicht Es geht auch sonst wie gehabt weiter Mit Anekdoten, Analysen und immer mal wieder Gästen Und ich freue mich ehrlich gesagt auch auf die Folgen die da kommen Da sind natürlich viele dabei die ich noch gar nicht kenne Aber das haben wir ja nun wirklich gemerkt Das ist sehr spannend Weil man da immer wieder Themen entdeckt Die Folgen die jetzt kommen kenne ich überhaupt nicht Genau Die Folgen habe ich noch nie gehört Die jetzt kommen Also diese ganzen Folgen ab den Endfünfzigern bis in die Sechziger rein Die kenne ich gar nicht Und das ist halt klasse Weil wir jetzt schon merken natürlich Dass einem da immer wieder Themen begegnen Oder dann auch Sprecher über die man sich dann wunderbar unterhalten kann Also das wird Ja das sind ja teilweise auch Folgen Die vielleicht jetzt nicht so der Kracher sind Und bei vielen auch gar nicht so gut wegkommen Aber wie wir jetzt auch schon Öfter gemerkt haben Gerade die Folgen Die so ein bisschen polarisieren Sind zum Besprechen teilweise Viel viel besser als die absoluten Hits Auf jeden Fall Deswegen ist das Machen wir wirklich chronologisch weiter Und auf eine Sache freue ich mich jetzt schon Ganz besonders Ich habe schon so ein bisschen vorgehört Und weißt du wer uns bald wieder beehrt Nein In den Musikpiraten als Mr. Lara Gerlach Fiedler Is Gyingback Der Hähnchenmann Der Hähnchenmann Und er hat eine super Szene Und in der Folge ist auch noch Wolfgang Fölz dabei Also das wird das Na das kann ja nur gut werden Nein ist das toll Ich freue mich Ich freue mich da jetzt schon drauf Also ihr Lieben Dripp'n Chicken Dripp'n Chicken Mit Gerlach Fiedler Und Wolfgang Fölz Das ist ja eine super Kombi Das wird der Wahnsinn Das kann ja nur gut werden Ich freue mich jetzt schon Es sind wirklich ein paar Kracher dabei Das ist toll Könnt ihr euch freuen Habt einen schönen Sommer Passt gut auf euch auf Hört drei Fragezeichen Und wir hören uns dann wieder im September Macht's gut Mach's gut Tschüss Tschau Die drei Fragezeichen Haschimidefürst Das ist der Bobcast Mit Peichling und Andreas Frisch Das ist der Bobcast Mit Peichling und Andreas Frisch Das ist der Bobcast